Obergruppenführer, meine Damen, meine Herren, ich habe die große Ehre, Ihnen Fräulein Alice de Vries anzukündigen. Sie wird uns jetzt etwas singen. Haben Sie irgendwelche Wünsche? Lola! Die Fische Lola! Ich bin die Fische Lola, Liebling der Saison, ich habe ein Pianola zu Hause in meinem Salon. Ich bin die Fische Lola, mich liebt ein Jedermann, doch an mein Pianola, da lasse ich keinen drauf. Lola! 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 Ich bin die Fische Lola, der Liebling der Saison, ich habe ein Pianola zu Hause in meinem Salon. Und wer mich will begleiten, da unten aus dem Saal, dem hau ich in die Saiten und dreht ihm aufs Pedal. Ja!